Hallo Leute! Ich habe mal wieder eine ganze Kiste voll Zeug aufgebraucht und deswegen gibt es halt mal wieder ein Aufgebrauch-Video, weil ich möchte das wegschmeißen, bevor alles überquillt und von meinem Schrank runterfällt und deswegen machen wir das jetzt einfach. Als erstes habe ich hier was am Arm hängen und zwar ist das von Lush. Das ist der Pumpkin Hebe Jeebe. Das ist eine von diesen Geschenkpackungen, die man so zu Halloween und Weihnachten kaufen kann. Das ist eindeutig. Halloween war aber die gleiche Kollektion, soweit ich weiß. Also da sind die gleichen Badezusätze drin. Und hier war drin Lord of Misrule, was ein unglaublich geiler Badezusatz ist. Also eine Badebombe war das. Und Anni hat davon noch ein bisschen Duschgel im Bad stehen und ich bin wirklich sehr neidisch darauf. Und das andere war der Sparkly Pumpkin. Das war ein Schaumbad, was tatsächlich für drei Anwendungen oder für zwei Anwendungen gereicht hat. Richtig cool und es hat Gold geglitzert und auch ganz, ganz weich und warm gerochen. Ich liebe die Lush Weihnachtsdüfte. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, was drin war, aber ich glaube, das steht hier auf irgendeinem Zettel. Genau, Lord of Misrule mit schwarzem Pfeffer und Patchouli und der Sparkly Pumpkin mit Wacholder Limette und Grapefruit. Was übrigens überhaupt nicht so krass zitronig gerochen hat, wie man es jetzt denkt, sondern wirklich sehr, sehr warm und weich. Das hier ist noch mehr Zeug zum Baden und zwar so Badezusätze, die man so ganz günstig kaufen kann. Die beiden hier sind von Balea, also von DM und zwar einmal das Kräuterbad Lavendel und einmal das Kräuterbad Eukalyptus, die ich beide sehr, sehr gerne mag. Und Diss und Fichtennadel habe ich eigentlich immer da, weil ich die sehr, sehr liebe. Und dann habe ich von Pure & Basic. Ich glaube, das war aus Netto, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mit Rosmarin. Rosmarin hat der DM leider nicht. Da bin ich sehr traurig drüber, weil Rosmarin ist awesome. Natürlich habe ich auch mal wieder ein bisschen Badesalz benutzt und zwar einmal von TT Sepp das Meersalz Rücken und Schulter mit Wacholder Wintergrünöl und Ingwer und der belebende Moment von Balea mit Eukalyptus und Rosmarin. Man merkt, mein Duftgeschmack hat sich in den letzten Wochen nicht sehr verändert. Der Klassiker wie immer bei mir Trockenshampoo und zwar zweimal das Frottee von Swiss Opa und einmal das von Algemarina, das Lila. Was ich nicht mehr finde. Ich finde nur das Orangene und das Orangene stinkt aber und das mag ich sehr, sehr gerne, aber irgendwie finde ich das nicht mehr. Und ja, das Frottee mag ich eigentlich auch ganz gerne, wie ich es immer sage. Also die beiden kaufe ich eigentlich immer, auch wenn Swiss Opa ja irgendwie... Naja, Swiss Opa. Keine so besonders geile Firma wegen Nerzöl und so. Um im Badezimmer zu bleiben, habe ich eine Pflegedusche von Alverde alle gemacht und zwar Cardamom Vanille. Die habe ich mir, glaube ich, Herbst oder Anfang Winter gekauft. Limited Edition war das, also jetzt für die Kaltjahreszeit gewesen und es riecht ein bisschen nach so Saunaaufguss, aber ich glaube, das liegt am Cardamom, der da durchkommt und ansonsten sehr, sehr angenehm. Ich mag die Alverde-Sachen immer gerne, also gerade die Duschen, da kann man auch Geruch... Da kann man auch geruchsmäßig eigentlich nicht so viel falsch machen. Und dann noch fix zum Thema Haare. Ich habe zweimal Shampoo, einmal Spülung alle gemacht. Ne, das ist auch eine Spülung. Also einmal Shampoo, zweimal Spülung und zwar das Silbershampoo von Swiss Opa. Wobei wir weniger bei Swiss Opa wären, aber es ist halt ein sehr, sehr gutes, relativ günstiges Silbershampoo und ich habe noch nichts gefunden, was das hier irgendwie ersetzt. Und die Spülung davon ist noch besser und die werde ich mir auch als nächstes wieder kaufen, weil ich Silberspülung irgendwie ergiebiger finde als Silbershampoo. Ich weiß auch nicht so richtig. Dann habe ich hier von Balea die Farbglanzspülung Granatapfel und Gojibeere, die ich immer dazu benutze, um meine Directions zu verdünnen. Die ist okay. Habe ich auch schon ganz oft was zugesagt, weil ich die eigentlich immer da habe. Und hier zu der Repair- und Pflegeserie von Balea Professional muss ich eigentlich auch nichts sagen, weil ihr wisst, dass ich die Balea Professional Sachen einfach gerne habe, weil sie günstig sind und trotzdem sehr, sehr gut für die Haare funktionieren. Zumindest bei mir. Ja. Auch das hier kommt aus dem Badezimmer. Ich habe wirklich sehr viel Badezimmerzeug leer gemacht und zwar ist es einfach eine Handseife von Alverde mit Lavendel und Malve. Lavendel und ich, wir sind Bros. Nina, Lavendel und ich, wir sind die besten Bros der Welt. Und es hat so, so gut gerochen. Momentan habe ich aber was ein bisschen Sommerlicheres. Ich habe eine Rhabarberseife momentan, aber ich werde mir garantiert auch irgendwann wieder die hier nachkaufen oder die mit Limette oder Bergamotte. Ich glaube, Bergamotte war das andere, was auch sehr, sehr geil war. Dann habe ich zwei Deos und zwar einmal von CD, Die große Freiheit. Ich mag die CD-Deos sehr gerne. Sie sind natürlich nicht so gut wie Deos mit Aluminiumsalzen, also sie sind halt keine Antitranspirante, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Also erstaunlicherweise hat es selbst, selbst wenn ich ein bisschen mehr geschwitzt habe auf Arbeit, ganz gut geholfen. Und der Duft hier ist halt so ein bisschen maritim, frisch, sehr, sehr angenehm. Ich kann ihn nicht immer haben, aber ich bin bei Deos sowieso picky. Und ein Deo, was ich immer benutzen kann, ist halt das hier, das Duff Original, was super, super funktioniert gegen Schweißgeruch, was ich über alles liebe. Ich liebe den Duft, der ist so schön seifig und sauber und hat leider Aluminiumsalze und darf es, soweit ich weiß, auch nicht gerade tierversuchsfrei. Deswegen versuche ich das nicht mehr zu kaufen, auch wenn ich das als Deo wirklich vermissen werde. Aber wer will schon Brustkrebs und wer will schon Tierversuche unterstützen? Ich nicht unbedingt. Deswegen, naja. Noch was zum Saubermachen habe ich vergessen. Und zwar habe ich von CD den milden Reinigungsschaum alle gemacht. Das ist mit pflanzlichem Hyaluron und ich glaube, es ist auch so Micellenbasiert, genau weiches Micellenwasser. Und wenn man, also, da ist halt so Flüssigkeit drin und wenn man da drauf drückt, ist es schon aufgeschäumt. Und ich mochte das so als Reinigung sehr gerne, weil es nicht gespannt hat. Es hat meine Haut nicht gereizt. Es war super, super angenehm. Einziger Nachteil, es hat nicht perfekt abgeschminkt. Das heißt, ich musste immer hinterher mindestens noch den Mascara runternehmen. Ich habe nämlich immer den Mascara angelöst. Der war mir dann über die halben Wangen verschmiert und ist aber nicht runtergegangen. Und auch den Eyeliner hat es nicht richtig runterbekommen. Und ich glaube, auch die Foundation nicht hundertprozentig. Das heißt, zusätzlich zu dem muss ich immer noch abschminken. Das ist das, was mich gestört hat. Deswegen werde ich den auch erstmal nicht mehr nachkaufen, obwohl er ansonsten wirklich sehr angenehm war für die Haut. Was allerdings sehr gut zum Abschminken funktioniert, ist immer das hier. Das ist der Balea Augenmakeup Entferner mit Öl, den ich immer habe, der nicht brennt, der super funktioniert, der super günstig ist und deswegen habe ich da no complaints at all. Und dann habe ich hier noch so Abschminktücher von Rival de Loup, also von Rossmann. Sweet Melon. Fürchterlicher Duft, ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, warum ich mir das gekauft habe. Ich benutze diese Tücher nicht fürs Gesicht. Ich habe immer, wenn ich mir das Gesicht damit sauber mache, das Bedürfnis, es gleich nochmal mit Seifer zu reinigen. Und deswegen lasse ich es einfach. Ich benutze es eigentlich eher, um so Lippenstift runterzunehmen, so haltbaren oder um Swatches wegzumachen. Also eigentlich benutze ich es fast nur, um Swatches wegzumachen. Und dafür hat es seinen Dienst gut getan. So, was soll ich noch groß sagen. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Hautpflegeprodukte. Und zwar einmal von Balea das Aqua Feuchtigkeitsserum. Intensive Feuchtigkeit für feuchtigkeitsarme Haut. Bla, bla, bla. Fand ich ganz nett. Also es hat nicht so den unglaublich krassen Feuchtigkeitskick gegeben, dass meine Haut so instant belebt und zehn Jahre jünger war. Aber es war ganz angenehm. Es hat nichts Böses mit meiner Haut angestellt. Es hat ein bisschen gepflegt, Feuchtigkeit gegeben. Deswegen vollkommen in Ordnung. Und wenn mir das nicht gereicht hat, habe ich zusätzlich noch den hier genommen, den Balea Beauty Effects Hyaluron Booster, der ja super, super gehypt ist. Und den ich auch sehr, sehr gerne mag. Der leider ein bisschen teuer ist dafür, dass da irgendwie nur so zehn Milliliter drin ist. Aber kann man schon mal ausgeben. So. Kann man schon mal machen. Ich habe momentan noch aus Boxen ein paar feuchtigkeitspflegende Sachen, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Die werde ich auch, glaube ich, in meinem Favoritenvideo nochmal erwähnen, was dann nächste Woche oder so kommt. Ja. Aber danach wird es möglicherweise garantiert wieder der hier sein, weil ich den echt gut finde. Und das war's. Ich habe euch alles gesagt, was ich aufgebraucht habe. Die Kiste ist wieder leer. Ja. Das heißt, ich kann jetzt weiter aufbrauchen. Yay. Und nächstes Mal ist bestimmt auch wieder Make-up dabei. Aber ihr wisst ja selber wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass man Make-up nicht so schnell aufbraucht wie Pflegeprodukte. Deswegen war's das erstmal von mir. Ich verlinke euch das letzte Aufgebraucht-Video hier unten nochmal. Und ansonsten gehabt euch wohl. Macht's gut. Und tschüss. Und dann geht's.